Ja, hallo liebe Brautpaare, liebe Firmenkunden, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute dreht sich alles so ein bisschen um das Lufthansa-Center hier in Zeheim, denn da bin ich heute gebucht in der Bar Last Call. Und ja, dort gibt es gewöhnlich richtig gute Feten, denn heute haben wir das Motto Oktoberfestparty. Und ja, ich habe alle Schlager-Hits, alle Apres-Ski-Hits, Feten-Hits, bayerische Musik ausgepackt und mitgebracht. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Gäste heute darauf reagieren. Die haben sich alle verkleidet und ich freue mich schon riesig drauf. Ja, ich würde sagen, kommt doch einfach mal mit und ich zeige euch Ihnen mal, wie die Bar Last Call so ausschaut und ja, was da auch stimmungsmäßig heute so passiert. Bis gleich, ciao! Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.